Jo Leute, was geht? Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben bei der Mission. Jetzt machen wir das mit denen... Ein freundlicher... Ein großer freundlicher Freund. Das machen wir als nächstes. Wo müssen wir da hin? Hä, muss ich mit denen nochmal sprechen? Ach, habe ich schon? Nee, habe ich nicht. Alter, was braucht der denn alles? Junge, Junge, Junge. Ach, das ist wahrscheinlich so eine Daueraufgabe. Alleine hier, Sonnenmuscheln. Wieso habe ich denn zwei Sonnenmuscheln? Seltenheit auf drei. Aber kein Durchbohrer. Okay, das heißt, das ist so ein Langzeitding wahrscheinlich. Da müssen wir das auch nicht verfolgen. Dann würde ich als nächstes Heimatgefühle machen. Wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Hä? Das ist leider alles nicht so ganz gut mit der Karte. Weißt du ja jetzt gar nicht, wo ich gelang... Ach, da! Nee, das ist meine Markierung. Die kann ich wieder wegmachen. Halten, Marker, Entfernen. Wo will ich denn hin? Hier? Interaktion? Das ist das Hauptziel. Aber hä? Ich blick's nicht. Gerüchte zufolge, plant jemand einen Überfall auf Corona 9. Das darf nicht ignoriert werden. Gehe dorthin und hilf deinen Kameraden. Ja. Okay. Tealort Aetia. Kolonien 9. Ich war auch... Ich weiß noch nicht, wo Kolonien 9 ist. Ist das nicht hier oben? Aetia. Aber wieso wird mir das hier nicht markiert? Das finde ich ja doof. Das ist dieser komische Bogen, ne? Symbole filtern. Okay. Hä? Wo muss ich hin, Leute? Ah, ich muss da hin. Gut. War nicht auf der Karte markiert, aber hab's gecheckt. Da. Da, da stand's doch. Die Eignung für ein... Kann ich den... Kann ich den Tipp nochmal lesen? Die Eignung für eine Klasse... Kann man irgendwo sehen? Ich hab den Tipp nicht mitbekommen. Klasse. Wo... 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 Wo sehe ich die Eignung? Wo sehe ich die Eignung? Komm, sag es mir. Das bin ja ich. Das... Das ist der Typ. Wo... Wie... Wo sehe ich die Eignung? Ah, bestimmt mit dem A und S und so? Mit dem A und S und so. Ja, das wird sein. Was hab ich hier? S. Aber wieso bin ich denn Verteidiger mit der? Ich bin doch Angreifer. Ah... Ah, genau. Ich bin gerade das hier. Sollte man das nehmen, was S ist. Da hat er zum Beispiel S. Da hat er S. Das heißt, das kann man so lassen. Da hat die A. C. S. Ich glaube, so macht das Sinn. Und wenn ich jetzt hier... Ein Level hochgehe. Okay. Heilschütze. Guck mal, die ist zum Beispiel Level 1. Das kann man so lassen, weil die wird ja noch Leveln. Und der wird auch noch Leveln. Die Leveln sich alle selber. Ach nee, Quatsch. Das ist ja nur für sie selber. Hier ist 10. Der ist 9. Wollen wir schon Leveln. Der ist auf 2 Kriegsheiler. Aber das ist egal. Kann sich Leveln. 9. Das macht auch hoch. Und der ist eh egal. So. Klingel der Ewigkeit habe ich drauf. Das ist alles okay. So. Guck mal, was sie jetzt hier hat. So nämlich. Reaktion Ohnmacht. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Oh, Blitzfechter. Das mit den Talenten habe ich aber immer noch nicht gecheckt. So, und Juwelen haben wir ja eh drin. Auslösen kann ich noch nichts Neues? Okay, das machst du. Oh, Stufe 30. Stufe 30 ist hart. Every day is a training day. 21, wieso ist das Level rot? Wir werden es herausfinden. Oh, Stufe 30 ist hart. Oh, Stufe 30 ist hart. die verfahrung gibt die lücke auf 21 50 oh junge da sind elitemob 14 das schaffen wir bin ich nicht genau hier am anfang mal gestorben ich erinnere mich aber ich erinnere mich du musst jetzt dran glauben blöder sack ja Oh Ihr schafft, verzwungen Der gibt bestimmt nicht viel, aber Der muss weg Tausend Tausendfünfhundert Meter Muss ich latschen Das hier meine alte Hood, ne Ah, guck mal Ah, guck mal, man kann die andere da nicht sehen Ja, das ist meine alte Hood hier Ja, verstehe, verstehe Wo soll ich hin? Da soll ich hin Ich würde auf jeden Fall hier mal Jetzt ein bisschen was abgrasen Was ich früher nicht gemacht habe Hier das Fragezeichen Boah, das fühlt sich ja ganz komisch an Hier zu sein, geil Hier war ich vor 13 Stunden oder so Fühlt sich an wie Wochen Ja, hier haben wir doch miteinander gequatscht Wie geil Wie geil Fühle ich ja komplett gerade Da oben ist das Fragezeichen, genau Stufe acht, wie süß Das waren noch Zeiten Gibt's ja Oh, das ist Kairi aus der Kolonie Gamma Was? Der Charakter von Macht Was ist das denn? Eingriff Krass, hier sind Level 25 Ich bin gerade einfach direkt gestorben Ich bin gerade, ich bin gerade Eingriff Oder Ich bin gerade Eingriff Oh, crap, this is fast. Heal your hands. Got all the hand you need, right here. Stand up. I'll get you up in a sec. What's happening? What's happening? Can't we see? Well, we did not. Am I reaching out? Tyron, away! Tyron, away! I'm good. Gotta die. I'll get you up in a sec. Just move your hands. I'll get you up in a sec. Overfall. Alter, ich sterbe. Hey, verbinde dich doch mal. Danke. Einfach der Angriff gegen so normale Gegner. Vernichtung. Geht's jetzt auf den nächsten weiter? Keine Ahnung. Ne, auf den gleichen wieder. Ja, bitte auf einen anderen Gegner gehen? Was ist das denn? Das hat doch gar keinen Sinn. Anders ist es könnte beenden. Nein. 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 Alter, das war ganz schön schön. Dafür, dass sie nur ein Level, zwei Level über mir waren. Aber es ist immer so, wenn das so viele sind. Die anderen Leute... Nicht über sie, sie sind meine Freunde, und sie helfen dir zu retten. Ah, so sie haben. Danke. Warum, danke, Mio. Also, die resten uns sind ein Fehler. Das ist nur Kairi. Mio, wir kommen zurück zur Kolonie. Ich hoffe, dass der Kommandär auch glücklich wird, dass Sie auch sehen. Ja, das ist so. Natürlich. Das ist eine Frage, aber... Also, wie sieht man? Aha! Hm? Ja, das ist nicht gut. Du kannst nur die Kälte wie du willst. Das ist gegen Regulation. Hm. Aber sie sind so perfekt. Ich meine, ihr Offsier outfit hat auch zu einem Tee, aber... Danke, Kairi. Das ist alles, ich brauche. Ich bin froh. Ich muss nur etwas diskutieren. Ich bin froh. 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 Aber das bedeutet, dass wir nicht wie Hostiles für alle sind? Wir müssen uns nicht über das beschäftigen. Das ist die Frage. Ich will sie zurück zur Kolonie, wenn wir können. Aber wir können sie nicht auswählen. Es ist gefährlich. Und sie wird definitiv getrennt. Okay, mit mir. Aber sie wird okay mit uns mit uns? Keves? Es ist möglich, dass der Kommandor von Kolonie Gamer wird uns auswählen. At least, er ist nicht der Zeit, um sich zu holen und zu holen. Aber wir können ihn vertrauen. Better als der Konsul. Ich glaube, mir das. Wenn beide Sie bereit sind, dann sieht er gut aus. Danke. Wenn etwas passiert, ich mache alles, was ich kann, um zu halten. Danke für warten. Wir gehen. Ready, Mio! Ready, Mio! Ich bin China-Elevis-Elevis-Elevis-Elevis. Oh, Elite! Well, now, ain't that a challenge. This will be a challenge. Don't lose focus. 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 I'm not here. Don't lose focus. Don't lose focus. Come down. Come down, come down. Oh, der war drückt. Der arme. No. That's how you pull off a win. Yeah. See if we can keep this up. Ich werde hier den Aether erwähnen. Ich hoffe, wir können davon benutzen. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon den Bonus, damit ich schneller laufen kann. Es fühlt sich nämlich so an. Das sollte für uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Ne, leider nicht. Hä? Ist das das? Nicht versuchen, uns zu stoppen. Attack! Wir haben einen Rund. Das war sehr fantastisch. Und ich war der MVP. Sie alle denken das. Oh, das ist ein Rund. 5 EP. Geil. Du willst kämpfen? Okay. Ich habe bestimmt eh wieder nicht viel. Aber vielleicht lässt er etwas gut fallen, was ich brauche. Ich habe sicher gemacht, Sanna. Du siehst großartig. Du siehst großartig. Hier sind überall so billige Gegner. Und dann kommen auf einmal so 30er. 27. Also diese, also da will ich nicht hin, Stufe 30, ist ja auch noch ein bisschen zu hoch muss ich sagen. Aber ich könnte mal ausprobieren, ob ich so einen schaffen würde. Sieht gut aus. Also diese, auch noch ein bisschen zu hoch. Oh, ein Flügelchen. Okay, es kommen ganz viele. Das ist ja auch noch ein Flügelchen. Ich würde mal ausprobieren. Ich würde mal ausprobieren. Ich würde mal ausprobieren. Ich würde mal ausprobieren. Hä, wie ist denn gestorben? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich muss gleich mal drauf achten, wie viel... Ist das einer? Wenn das einer ist, kill ich den. Das ist das einer. Der hat nicht so viel Leben dafür, dass er 25 ist. Ist zwar nur so ein Häschen, aber trotzdem. So... Oh, jetzt ist der Wunder gefallen. Das schlägt. Schau, wie viel gibt der? 200. Auch nicht so viel, ne? Wie viel SP habe ich denn jetzt? Ach, 82... 177, da hatte ich doch hier was, ne? 120. Ich muss erst das machen. Ah ne, das habe ich schon, ne? Ne, das ist geschlossen. So kann ich das nicht lernen? Das habe ich doch schon. Wieso kann ich das nicht lernen? Wieso kann ich das nicht lernen? Wieso kann ich das nicht lernen? 10, 20, 30... Übersteht nichts von. Ah, jetzt habe ich zu wenig SP. Okay. Komisch. Äh, wie viel glaube ich... 75 brauche ich. Hier ist jetzt auch ein Ding drauf. Okay. Ich habe auch wenig SP. Synchro 3. Ohnmacht alle. Geil. Das wäre gut. Kampf um Fehl geblieben. Das ist gut. A new power, eh? A new power, eh? Brauchen allgemein hier ein Talent, um... Ach so. Da wird ein Meistertalent freigeschaltet. Techniken? Belebt alle Mitschreiber mit meinem KP wieder, aber löst die Überhitzung aus und erzeugt gut. Das machen wir. Was macht das hier? Glorreicher Flügel. Kraftaufladung. Guck mal, hier habe ich mehrere Talente. Wieso ist hier alles gesperrt? Und hier ist eins gesperrt? Das verstehe ich schon wieder hier nicht, ne? Keine Ahnung. Ah. Weiter gehts. Das ist wichtig. Eine neue Attacke mal ausprobieren. Ah, Kraftaufladung alle. Das ist gut. Glaub ich jetzt auch neue Sachen, ne? Als schaffst. Ah. Oh, was du da? Ich wollte dich ab, aber das war, was du da? Ich wollte dich ab, was du da? Ich hatte dich ab. In der dazu beurde ich ab, was du da baust? Das ist richtig. ich kann hier sehen wie viel erfahrung mir noch viel zum nächsten level das würde mich auch mal interessieren da nächste 1000 wenn einer 200 gibt dann lohnt sich das ist echt ein bisschen level welch sind 20 habe ich jo exe viel spaß noch schön dass du da warst ja 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 Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Verzwungen. nicht drauf geachtet wie es einen Fehler gegeben hat oh Scheidys 3 stück sollte ich es schaffen oder ich bin ein 1 2 1 1 1 Ja. Ich hab irgendwas kaputt, ob wir auch noch was haben, aber... ...schuldig. Moin Fremdgaming, äh ja die Frage kam schon öfter, das ist ein sehr gutes Game. Passt Level ab, hier gibt es so ein kleines Vieh, 72, mhm. Ich bin die Frau mit den Gallen. Zwei Stück. Ich glaub der mich one hitted mit diesem fucking Feuer. Oh man, den ganzen Weg geht er latschen. Come on. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Ich glaub ich sollte am Anfang immer den Death vorne haben. Wenn ich schon direkt angegriffen werde, dass ich Death habe. Das war ja grad richtig unbefriedigend. Einfach one hitted, killed, killed. Ich war nicht mit so einem Kampf. Ein Container. Ein Container. Und... Und... ... ... ... ... ... ... ... ... Max, danke dir für den Follow. So. Viel Spaß dir mit dem Motor an dich. Als ob Lance gestorben ist. Stufe ab. Let's go. Mensch. Oh Gott. 24. Hä? Shiny und Elite? Wie geht das denn? ... shiny und elite das ist aber neu also das habe ich bisher noch nicht gesehen ich sehe gerade senna hat nur 1400 leben irgendwas ist falsch wieso hat die nur 1400 leben normalerweise über 2k weil die kein verteidiger an der ist glaube ich habe gar keinen verteidiger im team kann das sein ja 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 Nioh ist gerade mein Death. Ich glaube, ich muss mal die Ausrüstung jetzt auch ändern. Stimmt, ich habe ja die ganzen Klassen geändert. Da muss ich auch die Ausrüstung anpassen, dementsprechend. Angriffskraft ist bei dem okay. Hier muss ich auf jeden Fall auf Death dann gehen. Agilität ist auf jeden Fall irgendwas Verteidigung mäßig. Also wahrscheinlich Ausweichrat oder so. Könnte ich mir vorstellen. Dann soll ich nur sehen. Ich glaube, ich bin bei der Richtlinie oder weniger lieb. Hallo. Hallo Rolf, wie geht's dir? Okay, das lassen wir mal so. Erntekette ist... Habe ich nichts besseres als Erntekette. Heilkraft um 20%. Heilkraft um 25, let's go. Aber der hat gar nichts mehr drin. Lul. Heilkraft um 20, können wir so lassen. Das ist ja völliger Blödsinn, was die hier hat. Ich brauche Tag. Angriff auf Gegner höherer Stufe und riecht 20% mehr Schaden. Das ist gut. 30% noch besser. Gegner angriffen ausweicht. Maximal 50. Das wäre doch gut für die Dingsbums. Die hat doch eine hohe Ausweichrate. Agilität, ne? Wenn Gegner angriffen ausweicht. Oder wenn Gegner angriffen ausweicht. Verstehe nicht. Er wird Critrate um 22%. Er hat denn eine hohe Critrate eigentlich? Wieso hat die denn jetzt keine Juwelen? Ja, weil andere, ja bestimmt weil andere Klasse, ne? Er hat denn eine hohe Ausweichrate. sorry das dauert auch immer so viel zeit ich weiß es lohnt sich glaube ich da ab und zu mal rein zu gucken kriegt das ja auch nicht immer alles mit alter die hat sogar noch mal eine neue attacke dazu bekommen bodenhieb ja die kann alles machen hier multi explosion wieso kann der das nicht das macht doch alles keinen sinn okay lassen wir lassen so weiter geht sehr gut gefällt mir sehr gut mit ein bisschen süchtig wolf ja du hast einiges verpasst absolut was einiges verpasst ach du scheiße schaffe ich den schaffe ich den ich muss ne ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Guter Schaden. Spiel sieht schon geil aus, ja, finde ich auch, macht Spaß, kann es echt empfehlen. Man darf halt nur nicht die Cutscenen unterschätzen oder man muss halt ohne Cutscenen spielen immer überspringen. Stimmt eigentlich, wenn du es so privat spielst, würdest du wahrscheinlich viel überspringen und dir nicht alles angucken. Denke ich mal. Vernichtung. Gucken wie viel gibt der. Komm, hat er auch noch. 55.000, so nämlich. Wie viel gibt der, wie viel gibt der, wie viel gibt der? 2.000. So, einen brauchen wir nochmal. 2.000 ist ein halbes Level. Der hat einfach 2.000 gegeben, what? Ich brauche nochmal so einen. Nochmal so einer, der wäre mächtig. Toll, die kommen gar nicht hoch, muss man von oben runterspringen. Oder wie? 2.000 Erfahrungen waren mächtig. 2.000! Hast du überlegt, das zu holen? Mach das. Absolute Kaufempfehlung von mir. Allein schon, was du an Content bekommst für den Preis, ne, ist unglaublich. Das kannst du mit nichts vergleichen. Also, was du hier an Content geboten bekommst. Verrückt. Verrückt. Ich spiele seit 13 Stunden durch. Oder? Ah, es sind schon mittlerweile 14 Stunden. 2.000aked聚. Wolltest du mal reinschauen und dich überzeugen? Ich hab keine Ahnung wie weit ich in der Story bin, ich denke mal ich bin so in den ersten 20% oder so, vielleicht. Es fängt halt echt ganz einfach an und wird dann recht kompliziert. Das Spiel kannst du nur offline spielen. Es gibt keinen Online Modus, das ist komplett offline. Was ist das? Hey, hörten Sie was? Wenn Sie es auf YouTube sehen, Like auf das Video lassen, gerne Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.